Der griechische TV-Koch Stratos Panagos kocht während der Uso Plomari Live-Cooking-Tour im Atlas-Kochsalon. Die Gäste werde ich heute Abend überraschen, dass es wird gekocht mit Uso. Uso ist nicht einfach noch ein Snaps, es ist ein besonderes Alkoholgetränk und da spielen viele Rollen, die Kräuter und besonderes Anis. Bei den Griechen heißt es... Jamas bedeutet auch unsere Gesundheit, unsere Wohle. Der griechische TV-Koch und Uso-Experte Stratos Panagos nimmt die Teilnehmer auf eine kulinarische Reise durch Griechenland mit. Das Reizvolle an diesem Event ist eben halt mit anderen Interessierten zusammen zu essen, das Essen zu genießen. Im Vordergrund bei den Live-Cooking-Events stehen Spaß und Genuss. Das Highlight ist die Verwendung eines ganz besonderen Gewürzes, dem Uso Plomari. Das Herzstück des Uso sind die aromatischen Samen und Kräuter von der griechischen Insel Lesbos. Die Idee zu diesem Live-Cooking-Event liegt darin, die Marke Uso Plomari dem Konsumenten näher zu bringen. Und wie kann man es besser als beim ordentlichen griechischen Essen? Beim Uso Plomari Live-Cooking können die Teilnehmer dem Fernsehkoch in die Töpfe schauen und mitbestimmen, was gekocht werden soll. Und jetzt kommt Rosarot-Winnochnik. Die Ergebnisse sind sowohl außergewöhnlich als auch typisch klassische Gerichte aus der Klinik. In der griechischen Küche.